Wo machen wir das, bogeyman? Da wieder hin müssen Da hin, alles klar Das erste game lag bei mir immer ein bisschen So, die ersten paar minuten Ja, wir können raus Das erste game lag bei mir immer ein bisschen Weiß nicht, ich habe jetzt vorher einen Solo schnell gemacht Da hat es jetzt nicht so geleckt Gut, ich glaube, es hat irgendwas mit Origin gestern hinten Äh, gestern Hat es gerade eben aktualisiert, warum auch immer So, dann fliegen wir mal da hin Siehst du irgendjemanden noch in der Luft? Nö Nö, doch Die fliegen aber zur Factory Ja Die geht zur Factory Oh ja, das erste game lag bei mir immer Also zumindest die ersten paar minuten Ich habe direkt mein Jagdgewehr Nice Ich habe noch nichts Ich habe noch nichts Ich habe noch eine Pistole Ich geh mal in die Scheune rein Hast du schon Hast du schon Ist das nicht Blaue Uzi Nice Ein Mikro Ein Mikro MP oder? Und äh, der ist ein Eagle Und ein blaues Blaue AR Nice Gut, also ich wäre schon mal ausgerüstet Ich noch nicht Brauchst du eine Mikro Ich habe hier nur eine MP Äh, oh yes Das ist noch hier Jetzt habe ich dir nicht für den Scheiß Also nehmen wir einfach mal mit Lass mal noch in das kaputte Haus Da ist noch eine Kiste oben Ja Brauchst du die MP nicht? Ne, was ich bräuchte ist eine Shotgun Habe ich auch noch keine Das wäre nicht schlecht Nur das Jagdgewehr und die, äh, äh, Desert Die Zone, das ist ein Schlürfi Ich nehme ihn einfach mal mit Ja Nimm ihn gleich Ah, ich habe hier noch eine AR Ne, keine AR Ne, keine AR Sondern die Dreierschusswaffe Ne, AK Ja, AK ist das genau Oh, ich habe einen Bogen Bogen? Ne, ich habe, ich habe eine Labgewehr Und äh, Desert Eagle Ist gut Ich habe noch hier Mit eh nichts treffen, aber Brauchst du eine Genau, mit Brauchst du noch einen, äh Komm, nimm dir den Big Shield Komm Ja, ich baue noch ein bisschen Holz ab Ich habe noch eine Desert Eagle Ich hab mal probieren, hab ich da was Mit hinkriegt Nimmst du die ?! Na, oder wir haben einen Lieblings number Ja, Polymer Na, nein, nicht Oder der Jack Dann schild, nehm ich schnell Inner dem Nimm ihn gleich Dann gehen wir zur Zone Hab ihr keinen Platz mehr? Ja, ja, dann gehen wir zur Zone As avonnieren Ja, ich habe auch, ähm Ich habe dieses Rig Das Scope AR bande Oh Gott Die ist richtig kranker Nein also hat es knapp 300 Holz Es darf das wurde lange Wir gehen favorieren Wir gehen da unten so Lumern, oder? Ja, wir können hier hoch zu einem grossen Baum gerem wir können mal erst gucken ob da eine Kiste ist weil das sonst ist es eigentlich ziemlich unnötig da hoch zu gehen ja guck mal ob da oben eine Dinger steckst du in der Tankstelle oder in diesem kleinen Laden warst du da dringend? ne noch nicht dann geh ich da mal kurz rein nehmen wir noch ein paar Zeit der Shotgun wäre jetzt noch überragend ach nimm doch in dem kleinen Laden warst du welch in dem kleinen, welch in der Scheune da? ne der Scheune war ich ja, ist da oben eine Kiste? ja ich hab ne einen Busch und ne äh willst du das Jagdgewehr? ja komm ich hab das Jagdgewehr vielleicht hat nämlich ne Sniper gefunden nur ich hab immer noch keine Dinger und ein Busch liegt hier nach oben aber ich hab immer noch keine Shotgun ich auch nicht ich muss sie leider holen oh danke wir können ja ich weiß nicht ob bei der Brücke jemand gelandet ist vielleicht können wir da auch noch looten ja wir gehen mal zu der Brücke hast du für das Jagdgewehr noch Schuss? ja 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 achso liegt dabei ja ich hab auch noch ein bisschen ich treff wahrscheinlich mit dem Jagdgewehr nichts aber egal ja ich treffe das Leiber wahrscheinlich auch eher weniger aber alles gut also ich sehe hier keinen könnt schon mal gucken ob irgendwo was da noch ist hier unten wär noch ne grüne AR hier unten wär noch ne grüne AR würd ich nehmen ja hol dir hier bei mir ja hol mal die Kiste ja Minishilde kannst du nehmen und ne Schallgedämpfter ne Pistol ne wolle nicht willst du die Dessert Eagle ich hab ne Dessert Eagle ich hab ne Dessert Eagle ich hab ne Dessert Eagle ne Sniper oh naja und noch 3 Granaten kannst du die Minishilde stacken irgendwie? ne ich hab ne AR ne Sniper ne Dessert Eagle Granaten und Medipack bin voll dann nehm ich die Verbände dich mit wenn du ne Medipack hast ja ich hab Medipack ich nehm nämlich noch die 2 Shieldies mit wie viel AR moni haste? 86 also ich hab jetzt ich hab ja diesen die eine mit Scope ohne die ohne Scope ich hab jetzt nur gemeint du hast viel weniger oder so ne ne das ist gut ja 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 gut wollen wir mal auf den Berg lassen wir mal da hoch auf den Berg ok? da hoch? ja geradeaus auf Osten du hast hier genug Material zum bauen nehmen hier das Ding wär jetzt gut ne fucking Shotgun hier oben war auch noch jemand nice man geh mal oben rein ich geh mal in die Scheune und in den Container guck mal ob da irgendwas drin ist ne ich hab noch ein Medipack ja stack ja Verbände liegen hier oben noch bohren wir nicht ich hab ein Lagerfeuer ja alles gut kann nicht sein dass hier keine Shotgun nicht mal ne ne Ding hier ist echt keine Shotgun haben die hier rausgepattet haben wir nen Modus ohne Shotgun? nein nein ich hab nix ausgewählt war ganz normal du es gibt ja jetzt hier ne neue Wack oder? guck mal siehst du den Bug? welchen Bug? komm mal zu mir der Eiswagen hat 10.000 Leben was? ne 100.000 doch 100.000 Leben lol aber du bekommst nix wenn du abbaust du bekommst nix geil du bekommst nix der ist halt echt nix sind sie nicht am rand wir sollten wir haben noch Zeit da ist noch ne Kiste da ist noch ne Kiste da ist noch ne Kiste naja Crossbow und noch Granaten ne ne nehm die Granaten mit lass einfach mal gucken zeig mal was schön aber ich will dich nicht so offen schillen ja die Zone kommt halt ja wir können ja noch die Zone kommt erst noch lass mal mal gucken wo die Zone hinmooft alles klar komm heiß Alter wo? hab ihn nice chill 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 da war ich so gut drauf alter war ich so gut drauf chill der kommt von links ich hab links Schritte gehört kann auch ich gewesen sein da lass ihn jetzt töten wenn sein Team hätte nicht kommen das ist ja selber schuld da und nimm den Granatenwerfer ne ich muss sich erstmal healen ooooooooh alles klar brauchst du ne grüne AR ich hab ne blaue alles klar nehm ich die Granatenwerfer alles gut kannst du rück bis neben ja ich hab jetzt neben es ist gar gib mir mal die Mini Schilde gib mir mal die Mini Schilde boah ich war da so gut drauf alter brauchst du zwei oder eins? nehm ja beide zwei okay dann ich war da so unnormal gut drauf also ich glaub das hat mir echt geholfen das auszuschalten wir sollten gehen sondern okay äh komm ich höre das Ding Marcel also da war ich echt gut drauf ich glaub lass mal hier runter ey er hat mir zwar auch gut gegeben aber ich kann mich baue runter ich baue runter glaubst du nicht mehr so viel Zeug boah ein bisschen Holz noch ich komm mir auch noch gleich Holz ich hab jetzt nen Granatenwerfer ne Desert Eagle ne Scar und hier ähm diese hier das Jackenwehr so alles gut 29 sind noch am Leben Marcel wie viel Holz hast du? äh 339 ja ok ja lass mich abbauen ich hab nur noch 100 ne gut du hast jetzt auch die letzte Zeit erst gebaut wo wollen wir denn hin? in der Zone das Depot naja das Depot mag ich eigentlich nicht wir gehen mal ich würd sagen wir gehen rechts an das Depot vorbei also Richtung Retail Row ja also hier irgendwo wollen wir durch Salty durch und dann dran vorbei wir gehen jetzt einfach hier geradeaus an nem Berg hier so da vorbei alles klar und gehen dann hier so rein da oben ist er... ne ist noch nicht ich muss einfach in die Hockey gehen und dann drauf halten also aber nicht Dauerfeuer sondern halt da vorne ist einer Norden da vorne Norden 15 seh ihn noch nicht hab ich noch nicht gesehen? ja der ist übern Berg komm wir hinterher gehen wir gehen ist er alleine gewesen? ich hab nur einen gesehen seh ihn nicht ja ne der ist schon da haben wir geschossen die schießen komm 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 der ist ja links am Baum der ist doch links am Baum da was wo? NEIN ich hab drüber geschossen wo denn? da links am Baum äh 335 schließt er 335? ja und dahinter läuft er weg ich hab nicht getroffen ich auch nicht wir gehen rechts weiter lass rechts weiter ja da sind auch noch ein paar ja wir sollten nur aufpassen dass du uns hieß ja der baut da links der baut da links ja ja pass auf ja so weit komm ich nicht ne so weit komm ich nicht ne so weit kommst du nicht äh Marcel die schießen hier Marcel hier rechts neben mir die zone kommt ja komm lass in die muss lass einfach schnell in die zone ja wir gehen in den die ballern da rechts ist richtig gut richtig krass krass schnell lass in die zone und dann Ding schnell was bauen ja baust du was? ich hab was von ne ich werd beschossen ich bedauern komm oder komm zu mir komm zu mir wau zu bau zu du bist beschossen warte 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 ich bin sicher ich bin sicher ich bin sicher ich sehn kriegst du komm 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 oh das sind zwei ja schade oh mann ja das war das Problem weil die sind uns halt von hinten gekommen